Los, 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 los! Und... ...seh auf! Ich bretze mich dieses Mal nicht. Oh mein Gott! Entschuldigung, ich mach kurz auf Pause, weil... ...meine Fraps, äh... ...also... ...ja genau, die Fraps sollen sich einkriegen, damit es nicht so laggt. Also bei mir ist eigentlich... ...das ist einwandfrei und... ...so, jetzt sieht es doch besser aus. Ich hoffe, du hast dich amüsiert! Haha! Sieh nur! Papa hat eine wahrechte Robotersteuerung gefunden! Mach kaputt! Bäm! Wuhu! Wie abgefahren! Der Scheiß ist noch cooler als er aussieht! Na schön! Los geht's! Haha! Das Fass macht Boden! Das ist eine Lieblingsstelle aus dem Spiel von mir... ...weil wir jetzt den Roboter steuern! Bäm! 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 Shaße den Ausdruck auf ihren Gesichtern! Flo! Glory! Ich bring euch den Tod durch die Hände eines Kinderspiel seus! Muahahaha! Das fetzt ihr Mist, Säcke. Jetzt machen wir erstmal mit dem Hüngen etwas. Los, Schlag! Los, 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 los! Ach, die sind fetten auch schon fertig. Los umdrehen, die hier auch Platz machen. Genau. Mach alle Platz! Muah! Verfleischtet ihr noch mit einem Hieb? Nee. Okay. Ja, mein alter Put. Schade. Gehen wir weiter. Ja, stoßen. Los, stoßen! Bäm! Drei. 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 Möj. Drei. wo auf der brücke alle in die luft lass keinen gibt machen war schon kein keine gnade ich habe hier kopf zusammen zu treffen weil die sind echt überschwer zu treffen und besonders beim winde gut auch ja sehe ich nicht wo ich schießen muss mit dem einer der brücke kaputt treffer da oben kommt noch jemand ist da überhaupt noch jemand ach da kommt da ist richtig genau wo schießt noch jemand aber da auf dem boden ja man bleibt wachsam ich mag das spielzeug ja merken ich sehe es ich mache es ja hat grad ich so geschrien und hopp entschuldigung ich kommt zurück jetzt sehe ich um ok wo sind gegner genau da oben und da 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 steht ein ganzes balkon da 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 Ich seh nicht, wo die sind. Los, 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 es gibt sie ihm. Nein, 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 es ist eine Pfanne. Ah, 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 okay, Frühstücksfall. So. Ach, komm schon, dieser Mixer macht es echt unfair. Der fliegt ganz genau über ihm. Komm her, put. Put, 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 put. Los. Und jetzt rede ich um. Genau. Lass mich ausschauen halten. Da ist er. Geh hier hin. Ich loch wieder lieber unter ihm. Genau so, so ist es besser. Bam. Da kommt noch einer. Der ist sofort kaputt. Noch einer. Ich hab diese Flüttelis. Oh mein Gott, hinter uns. Kaboom. Einer nach dem anderen. Einer nach dem... Geh hier auf, sofort. Was machst du? So. Du bist auch kaputt. Der Heli. Robi, warte. Robi, warte. Robi, den da. Wo ist Robi? Das mache ich schon eh schön. Ich finde es zu Ende. So war's das. Woher kommt noch die Schüsse? Robi, nach hinten. Wo sind die letzten? Wo ist der eine, der noch weit geschossen hat? Da. Der hat sich grad verraten. Mohoho. Wo da? Ach, da oben. So. Was ist jetzt? Als würde man einem Rentner den Lolli klauen. Ja, okay. Rentner und Lolli klauen. Alles klar. Wir müssen hier raus. Schaut euch das an. Wolle ist ab. Was ist das Loch? Los, Robi. Mach's kaputt. Nein. Robi. Oh, Scheiße. Das klingt übel. Nein. Er hat uns toll gedient. Ich wollte ihn Tapsi nennen. Aber leider konnte ich. ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Robi hört dich besser an, aber Tapsi, okay. Nein. Tapsi. Wieso müssen immer diese Bösen so früh von uns gehen? Sie war da unten? Ich kann das nicht verstehen. Sie waren nicht unsere Dinge, hier, Gray. Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Ja. Logisch. Wir gehen runter. Ab in die Action. Akt, äh, dritter Akt, Kapitel 1. Wo? Ein Scharschütze. Und ja, Scharschützen sind sehr scheiße. Scheiße. Äh. Also sich hat aufgehängt das Spiel oder was? Äh. Ach so, okay. Es geht weiter. Ich dachte, das Spiel hat sich schon aufgehängt. Also. Da ich es noch rendern muss und heute rausgeben muss, also mache ich es gleich jetzt schon Schluss. Und wir legen nächstes Mal sofort gegen die Scharschützen, äh, mit der Action los, gegen die Scharschützen. Also, ciao Leute.